Servus, ich bin der Franz von Holztek Leitner. Wir haben im Jahr 2021 die Drehliege entworfen. Anfangs haben wir das noch von Hand zugeschnitten und irgendwann ist die Nachfrage so groß geworden, dass ich dann zu der Firma Stöckel gekommen bin. Die Firma Stöckel hat dann die Drehgestelle angefertigt, anfangs noch von Hand geschweißt und irgendwann wollte man das Ganze automatisieren und sind dann auf den Jaskawa-Roboter aufmerksam geworden. Das funktioniert wunderbar. Willkommen bei der Stöckel Maschinen- und Gerätebau GmbH aus Schliersee. Die Welt vom Mietzelle von Jaskawa nutzen wir für ein ganz besonderes Produkt. Und zwar schweißen wir hier Unterbaugruppen für Dreh- und Himmelsliegen der Firma Holztek. Wir schneiden Pultprofile auf die Länge zu, legen sie in die Vorrichtung ein und fixieren sie mit einem Magneten. Den Rest erledigt der Roboter. Wieso haben wir uns für die Welt vom Mietzelle entschieden? Erstens, leichte Programmierbarkeit. Zweitens, gleichbleibende Qualität. Und drittens, mehr als die doppelte Ausbringung. Sollte Gelderland